Tag Nummer 5 in Hero Zero auf Server Nummer 11. Das Halloween-Event läuft. Hier habe ich, glaube ich, auch was fertig bei den Helden-Notrufen. So, wie sieht es da aus? Kürbis-Monster. Kürbis habe ich gefunden. Ich habe nicht aktiv danach gesucht. Oh, Gruselgeschichten 40. Das wird noch dauern. 1700. Doch, aber es hat... Nein, stimmt, das hatte ich ja beim letzten Mal schon fertig. Ich wollte nur warten, ob man mehr Münzen mit steigendem Level bekommt. Und ja, das tut man. Jetzt ist die Frage. Soll ich da noch warten oder lohnt sich das sowieso nicht? Ich kann mir mal die für den Donut abholen, denn das wird definitiv nicht mehr. Dann den Zombie. Ja, das waren 1300 in der letzten Folge, glaube ich. Ja, da könnt ihr noch warten. Das ist egal. Ah, das kostet weniger, je weiter man da isst, oder? Das waren doch 19 Donuts am Anfang. Aber dafür, dass ich schon fast die Hälfte habe, ist es aber nicht viel billiger geworden. Falls das denn stimmt, wie ich das dachte. Trainingseinheiten. Da habe ich noch zwei. Warum blinkt denn? Ach so, wegen dem Abholen. Helden. Die ist das. Da habe ich sogar ein Krabbeltier gefunden. Sehr schön. Ein Fähigkeitspunkt. Dann lokaler Alltagsheld. Drei Kampfquests in Humphredale. Das war jetzt nicht so schwer. Gibt deshalb auch nicht allzu viel. Wonach richtet sich das denn? Wird das immer mehr, je mehr man davon erledigt? Weil das kann sich ja nicht nach meinem Level richten. 200 XP. Was sollte denn das sein für einen Heldennotruf? Wenn ich sein Leben rette? So, am nächsten Montag bekomme ich dann weitere wöchentliche Heldennotrufe. Das ist doch fein. Gut. Dann würde ich sagen, ich fange mal an mit... Endlosmodi. Vorher noch in den Laden schauen, ob ich da was Neues bekomme. Hier, das ist auch Halloween. Das sieht aber so aus wie andere Items. Gespenstischer Überwurf der unheimlichen Vorgeschichte. Vier Donuts. Nope. Dankeschön. Das ist sehr nett von euch. Aber darauf kann ich verzichten. So, der einzige neue Gürtel. Und den nehme ich auch. Denn der ist viel besser. Boah, dann habe ich 29 Kraft. Nein, das kann ich nicht machen. Das wäre zu heftig. Das Teil kann ich mir aber gönnen. Schon wieder neue Schüchen. Nämlich Socken. Dann war es das erstmal hier. Ach, Heldentaten. Mann, Mann, Mann. Da ist bestimmt auch wieder viel passiert. Drei Fähigkeitspunkte. Fünf Tage aktiv. Genau, heute ist der fünfte Tag. 1000 XP ist nicht gerade viel. Drei Fähigkeitspunkte. Wir haben mittlerweile... Wir haben drei Training. Zwei oder drei. Rang Listei. Schauen wir mal in der Rang Listei. Platz Nummer eins. Das wusste ich gar nicht. Das muss heute passiert sein durch die Kämpfe. Und wir haben zweimal Mut, nämlich. Dann haben wir die TE leider verloren. Ja, Platz eins. Gut. Nicht schlecht. So muss das irgendwie so. Aber darum geht es ja nicht. Die R sagt nicht so viel aus. Hier ist aber trotzdem lustig. Ich mache hier weiter. Ich hole mir da nämlich was ab. Fünf Teamkämpfe. Drei Fähigkeitspunkte. 200 Stats pro Fähigkeit. 45 Mal trainiert. 3000 XP. Für das Training bekommt man XP. Das ist sogar sehr schön. Mein erster Helden-Notruh. Oh. Jetzt Moment mal. Ist hier noch irgendetwas Gutes dabei? War da noch was Schweres oder so? Oh. Die muss ich ja machen. Nö. Dann nehme ich das noch nicht an. Beziehungsweise. Dann kann ich auch nicht die Hellen-Tarts. Das mache ich so. Ich hoffe, ich schaffe die jetzt. Mit diesen Items. Denn ich habe noch nicht irgendwie Condi oder irgendwas in der Art. Jo. Das ging gerade noch so mit zugedrücktem Auge. Gibt es sonst noch was Nettes hier zu holen? Ja. Die wäre auch in Ordnung. Gut. Dann mache ich das hier fürs Video. Und nochmal verkürzen. Dann. 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 Oh. Das war eine knappe Sache. 19. Ich würde echt gerne wieder mit Condi und so zocken. Aber ich habe eben. Wenn ich jetzt noch nicht blättere, dann habe ich hier noch nicht so viele Condi-Items. Dann muss ich einmal in den Sonder einsetzen und so dann richtig was rausziehen. Mit diesen Sets eben. So. 308. Dann. Ein bisschen. Und ich kann mir das auch alles abholen. Denn jetzt ist es egal. Wegen dem Level-Up. 1477 Münzen. Hier habe ich jemanden. 25.000 Münzen pro Tag habe ich ausgegeben. Das kommt mir jetzt auch ein bisschen viel vor. Neuer Sondereinsatz. Den habe ich hier frei gespielt. 300 Missionen schon. 600. 600. 600 Fähigkeitspunkte. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Die verteile ich hier auch nochmal. Condi 600 geknackt. Ich weiß nicht. Alle sind so Fans von dieser Skillung. Mh. Sondereinsätze. Hier wollte ich weitermachen. Nämlich. Jetzt ist die Frage. Wie hoch bist denn du? Was ist der Plan? Stufe 45 ist der hier. Der ist 36. Na hier muss ich weitermachen. Ich hoffe, die schaffe ich alle auf den ersten Versuch. Anders darf das auch gar nicht sein. Hier. Ja. Alles klar. Alles klar. Das ist ja mal schön. Ja. Ich weiß, es liegt an meinen Stats. Aber ich kann es mir ja nicht aussuchen. Hätte ich das mal vorher gesehen. Ich habe hier was mit plus 45 bekommen. Gerade eben. Naja. Kann man nichts machen. Wo man aber was machen kann. Das ist mal lustig. Liga nur minus 1 insgesamt. So. Wo man was machen kann. Das ist nämlich hier. 125. Sorry, dass ich dich angreife. Oh verdammt. Das verbrät ja meine Wurfwaffen. 88 habe ich hier noch. Mal schauen, welche Gegner ich bekomme. Dann, wenn es ein leichter ist. Oh nein. Das ist kein leichter. It's Olli. Das wird vielleicht sogar gar nichts werden. Mal schauen. Der hat hier schöne kritische Treffer. Das ist mein Nachteil. Dass ich so wenig Krips habe. Boah. Das war richtig knapp noch. Gerade von der Schippe gesprungen. Der hat. Oh. Nein. Der hat auch so viel Krips. Egal. Ich versuche es noch. Macht ja nichts. Dann verliere ich eben mal. Okay. Ging auch noch. Sehr fein. Dann war es das erst mal. Hiervon habe ich eine neue Heldentat davon. 10 Liga Kämpfe bestritten. Ein blaues Teil. Plus 33. Sehr schön. Oh. Meine Kraft. Meine Kraft. Was macht ihr denn? Nur habe ich hier irgendwo was mit Kraft? Dann Moment. Dann muss ich mal kurz. Hm. Hier. Das Teil möchte ich umnähen. Schleudern. 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 Gib mir Kraft. Gib mir Kraft. Nein. Er gibt mir Kondi. Jetzt habe ich ja das Verrückteste, was man nur haben kann. Egal. Ich queste jetzt sowieso nur noch weiter. Dann lasse ich das mal so. Verliere ich eben. Aber für Teamkämpfe muss ich mich dann dementsprechend umziehen. Uh. Die ist mal heftig. Die ist mal sogar sehr heftig. Soll ich das so versuchen? Wie sieht es denn da aus? Wie sieht es denn da aus? Eventuell. Aber was hat noch Kraft? Welches Teil? Hier. Meine Brille. Tja. Damit muss ich jetzt leben. Egal. Also. Moment. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Das ist erledigt. Sonderinsatz habe ich. Ich wusste nicht, dass wir heute Rang 1 geworden sind. Aber der Ausbau. Der hängt ein bisschen hinterher. Das wird aber schon. 36. Das passt. Ist mir egal. Wenn ich damit ein bisschen weniger XP durch die Ausbau habe. Die Weltqueste. Ich bin in den Top 300. Was ich mir nicht vorstellen kann. Wie das geht. Aber weil es gibt ja. Muss man sich nur mal ansehen. Schon relativ viele Teams. Die viel mehr Ausbau haben. Jedes Team. Sagen wir mal 30 Member. Da kommt man schon auf so knapp 1000 Leute. Und. Genau. Das passt aber. Nur von der Liga sehe ich. Gerade bin ich da relativ weit hinten. Rang Nummer 1 heute. Der Zorro. 19. 91. Stufe 88. Dann geht es runter zu 81. Bis hin zu Level 70. Ich sehe mir den Top 1 Helden für heute mal an. Der hat schon ein ganz nettes Set. Ja. Mit dem Zorro Set. Auch kein Wunder. Muss man. So sagen. So. Und ansonsten würde ich sagen. Schaue ich einfach noch ein bisschen in die Post rein. Hoffe, dass ich diese Mission dann schaffe. Was war denn da jetzt los? Achso. Das blinkt noch immer natürlich. So. Anfragen. 269. Heftig. Das nimmt schon größere Formen an auf S10. Als auf S10. Da hat sich ein Wort versteckt vor mir. Aber es ist Halloween. Kann ich verstehen, dass sich die hier verstecken. Happy Halloween übrigens. Ja. So nebenbei. Genau. Er lädt. Und er lädt. Und er lädt. Fang den Donuts. So. Hat er gefangen. 443. Aber das kommt auch daher. Weil es dann so Leute gibt. Wie zum Beispiel der hier. Einladung ins Team Unknown. 100 Mal. Steve Jobs. Der hat doch gestern den Siegestreffer. Hello. Hello. Spieletrend. You want to join my Team Unknown. Oh. Das finde ich echt nett. Dass mich der einlädt. In. Oh. Sein Team Unknown. Das ist aber nicht so unknown. Aber Power Brasilianer. Was ist denn immer mit den Brasilianern los? Die rasten alle vollkommen aus. Der hatte nämlich 191 oder so. Nein. Wie viel? Keine Ahnung. Irgendwas mit 190 oder so. Angriffe auf den Schurken beim letzten Mal. Und das. Obwohl denn nur 6 Minuten da war. Oder 10. Oder keine Ahnung. Irgendwas so. In der Arts. Eye Weapon schreibt. Hallo Daniel. Mit einer Eistüte. Na. Wie geht's? In einem Wort. Alles klar. Egal. Ich. Was. Egal. Wie. Egal. Ich dachte du willst wissen wie es mir geht. Ich wollte dir viel Glück für deine weitere YouTube Karriere wünschen. Hoffentlich bleibst du Spieletrend und Let's Plays Browser Games und MMORPGs. Ich wollte dich fragen ob du mich in die Freundschaftsliste aber natürlich hier rein damit. Und warum hat jeder diesen Hut nur ich nicht? Ohne Witz. Jeder hat den. Im Teamkampf heute irgendwie 3 Leute sehe ich direkt die den Besitzen so jetzt mal schauen. Das ist ja noch nicht das. Ich trage keine Condi Items oder irgendwas in der Art. Von daher aber ja. Ich habe schon das Equipment. Jetzt wird nichts mehr verloren so wie es aussieht. Was ist denn das hier? Ein buntes Werbeplakat für Ritas. Ritas. Hundenagel. Hunden. Nagelstudio. Warum sind hier so viele? Ich muss mal die ganzen Hero Zero Texte durchgehen und da verbessern. So ich bewerbe mich da direkt. War das für hier irgendwas? Achso das war das hier. 321 XP. Yayayayayay. Das ist schön. Naja ist nicht viel. Aber kostenlos nebenbei. Warum nicht? Darf man sich nicht beschweren? Das ist auch für so einen Helden-Notruf gewesen. Ja, die ist akzeptabel. Die nehme ich an. Mach heute ein 103 Video. In Hero Zero bin scharf drauf. Yes. Jeden Tag. Every day I'm let's playing. Der sieht anders aus. Ach, weil der episch ist. Das finde ich fein. Der sieht ziemlich genial aus. Besonders noch im Vergleich zum anderen. Und was ich lustig finde irgendwie so, das hat er zwar wahrscheinlich nicht mit Absicht gemacht, aber Halloween orange. Bisschen so braun orange. Und hier auch diese. Der heißt Schilling 29. Hab ich gar nicht gesehen. Schilling 29. Moment, da suche ich mir jetzt mal den, der mir den Namen weggeschnappt hat. Du Mieser. Dann gibt's dich gar nicht. Der macht sich bei der Vorregistrierung einen Char. Dass er Schilling heißt. Und dann gibt's ihn gar nicht. Dann gibt's hier nur Schilling 1. Wenn ich dich in die Finger kriege. Bosshafte Tomate. Was ihr teilweise für Namen habt. Schilling 2. Es gibt einen Schilling 2 auch noch. Seid ihr der verrückt? Schilling 3. Alter Schwede, Leute. Macht mich nicht verrückt. Okay. So, und dann irgendwie einen Schilling 29. Der hat vielleicht gesehen. Schilling 1, Schilling 2 gibt's. Egal, er probiert nicht weiter durch. Einfach mal Schilling 29. H1L1 oder Hilly schreibt Moin. Könnte ich in deine Freundesliste. Hier für dich 1, 2, 3, egal wie viele du darfst rein. Highlife. Dafür steht H1L1. Suche ein Team. Stufe 10. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Du hast auf jeden Fall einen schönen Booster für Missionen. Und bei den anderen sparst du. So sehe ich das gerne. Spitznippel, Batterien. Hey, Schilling, kannst du mich vielleicht in dein Freundesliste hinzufügen? Brauche oft Batterien und gebe dir auch welche. Das ist ein sehr guter Deal. Denn wenn häufiger Schurken kommen und wir auch dann Trophäen haben, das kann schon immer stressig werden mit den Missionen und so. Ninja Wiesel schreibt Unwichtig. Hey Daniel, könntest du mal ein Video im Dialekt machen? Wenn du einen hast, würde mich freuen. Nein, ich kann mich natürlich so verstellen und Babos dies können und im Dialekt sprechen. Aber normalerweise rede ich so, wie ich im Video rede. Da ist nichts anderes. Schilling 2, Spiele Trend, schreibt er hier. Ich mich mag deine coole Let's Plays. Dankeschön dafür. Dich habe ich schon. Soko Plays, das ist Team intern. Jungne Team. Dein Team ist echt cool. Ich schaue mir auch deine Videos und die sind auch cool. Dankeschön an den jungen Yoloswag HD XD Roffelcopter. Das ist mal ein Titel. So nenne ich einen neuen Let's Play Kanal. Hey Spiele Trend, ich wollte dir nur sagen, dass du die besten HZ Videos machst. Eistüte, bitte hör niemals auf mit YouTube Eistüte. Und das will ich jetzt nicht genauer erläutern, was das sein soll. Dankeschön dafür. Von den Unsterblichen hat auch die Booster sehr schön verteilt. Also mal schauen, meine jungen Diebe. Yes. Sauber. So passt das. Uh, die ist schön. Die ist sogar sehr schön. Die ist schöner als schön. Dead Adam. Wow. Hätte nicht gedacht, dass die meine Videos sehen. Hey, bin ein kleiner Fan von dir. Also so klein seid ihr jetzt auch nicht. Aber danke, dass ihr meine Videos anseht. Das ist natürlich eine Ehre für mich. Weil. 211. Habe gerade neu angefangen. Kannst du mir eventuell sagen, ob ich in dein Team dürfte? Ich kann dir das nicht sagen. Obwohl mit Stufe 3, nein, kannst du wahrscheinlich nicht. Aber das kann dir ein Berater oder ein Teamleiter sagen. Profi 4. Hey. Hey, wie geht's? Danke gut und dir? Dr. Dragon. W.O.W. Daniel, ich habe nachgesehen. Da beim Shop die Spezialausrüstung. Da gibt es den Helm, den du hast um 5. Euronen. Hm. Im Shop. Ach so. Immer in dieser Liga, in der man ist. Genau. Kann man sich das Set kaufen. Oh. Da gab es das schon immer. Oder ist das neu? So. Silber Liga. Browser Liga. Genau. Immer in dieser Liga, in welcher man sich gerade befindet. Das Set kann man sich kaufen. Wenn man denn zu viele Euronen hat. Dann. Der Fade schreibt. Grüß Gott. Servus. Servus auch an dich. Keine Key. Viel Spaß. Samstag. Der 31. Oktober 2015. Der ist heute. Hallo Schilling. Ich wollte dir hier einfach mal viel Spaß auf dem neuen Server wünschen. Und dass du nicht aufgibst. Und schön ein No-Donuts-Spieler bleibst. Das ist der Plan. Wenn du das hier liest, schreib mir doch mal zurück. Da weiß jemand Bescheid. Und zum Schluss noch ein Face-Roll. Das hatten wir schon länger nicht mehr. BG. Und dann auch ein bisschen weiter nach oben gekommen bei der Tastatur. Entweder nach oben zu den Zahlen oder rechts auf Numpad. Aber ich schreibe dir mal zurück. So. Und so ein, zwei noch. Bitte nicht ins Video. Okay, Niki-Boy. Teamkampf. Hey, wir haben morgen Teamkampf. Ich gegen dich. Ach, du bist von Absence. Moment mal. Die greifen uns. Von welchem Tag war das? Ach. Was? Nö, haben wir nicht. Also ich habe noch nichts. Ich habe mich nur gemeldet für eine Verteidigung von Absence. Oder so heißt das Team. Du wolltest nicht ins Video. Halloween. Hey, Schilling-Spieler. Wollte nur sagen, fröhliches Halloween-Fest. Dankeschön euch auch. Und schön verkleidend und Kürbisse und die Stars. Foxy kannst. Hey, Schilling, ich wollte fragen, ob du meine Heldin anschauen kannst und sie bewerten. Ich kann dich auf die Freundesliste hinzugeben. So. In die Freundesliste. Dreamteam. Dein Trikot passt zum Logo. Ich würde Donuts sparen und mir den besseren Booster hier bei Missionen holen. Aber das muss jeder selbst wissen. Ich bin echt ein Freund vom 50er-Booster. Den kann man sich echt gönnen, auch wenn man keine Donuts auflädt. Die 10 wird man ja wohl gronk. Ey, ich fasse es nicht. Erst Dead Adam. Dann gronk schaut mein Video. Eye Weapons. Vielleicht noch PewDiePie. Was ist denn da los? Wieso schauen die alle Hero Zero? Das verstehe ich ja mal nicht. Ist ja verrückt. So. Was nehme ich jetzt? Irgendeine, die die Missionen erneuert. Wo war da noch was? Ich glaube, die war ganz nett. Ja, zwei Minuten. Die erneuert die Missionen. Dann noch kurz vom Gronk vorlesen. Du machst coole Videos. Kohle, Kohle, Kohle. Und bist mein Lieblings Hero Zero Let's Player. Kohle, Kohle, Kohle. Mach weiter so. Und noch viel Glück auf S11. Kohle, Kohle, Kohle. Dankeschön dafür, lieber Gronk. So. Hallöchen, Popöchen. Bin ich der echte? Nur ein Fan. Ach. Das hättest du ja. Ich bin froh, dass du das dazu geschrieben hast. Ich dachte jetzt, du bist der echte Gronk. Team von Gronk. Die YouTube Heroes. Oder YT Heroes. Der Hank. Der. Hey, dich kenne ich. Du machst Videos. Luke. Lipa, Luma is Black. Was gibt's da noch so? Da schau ich noch kurz durch. Wie weit sind die ausgebaut? Hier 16, 10, 10, 14. Pikachu. Sky to Life. Mavo. Sierra Leuli. Der Bossian. Geilo Hero. PlayStation. Sogar der PS4-Chef. Oder irgendwie so. Und der Gronk natürlich. Mit am Start. Jetzt frage ich mich nur, wo Sarazar geblieben ist. Aber. Ich würde sagen, für dieses Video war's das erstmal. Wie lang geht das noch? Halloween Party. Fünf Tage. Ich dachte mir, weil heute ist ja Halloween und so. Und vielleicht endet das. Nö, tut's nicht. Also. Fröhliches Halloween. Danke fürs Zusehen. Und ich würde sagen, es geht nach dem nächsten Mal weiter.